und ein kleines Paradies. Start Nummer 1 für Elphi Graf, einen Adam, einen Apfel und ein kleines Paradies. Die Frau steht am Herd und der Mann geht zur Arbeit, so ist das längst nicht weh. Und so mancher träumt noch weit von der guten alten Zeit. Die Frauen von heute sind anders als gestern, die Frau steht ihrem Mann. Wenn du sie liebst, dann wink auch einmal da an. Einen Adam, einen Apfel und ein kleines Paradies, das mischt sie sich manchmal im Geheimen. Es ist leicht, sie zu verstehen, wenn du in ihren Augen siehst. Nenn sie in die Arme, lass sie ein bisschen träumen. Sie wünscht sich, dass du nie vergisst, dass sie eine Eva ist. Die Männer von heut stehen doch manchmal ganz hilflos vor so viel Töchtigkeit. Dann bleib immer Kavalier, sei ein bisschen nett zu dir. Sie lässt sich von dir, sie lässt sich von dir das Organe verwirren, auch wenn sie es nicht zeigt. Du musst wissen, dass sie dir doch manches verschweigt. Einem Adam, einen Apfel und ein kleines Paradies, das wünscht sie sich manchmal im Geheimen. Es ist leicht, sie zu verstehen, wenn du in ihren Augen siehst. Nenn sie in die Arme, lass sie ein bisschen träumen. Sie wünscht sich, dass du nie vergisst, dass sie eine Eva ist. Sie wünscht sich, dass sie eine Eva ist.